Aber die Griechen haben einen neuen Weg genommen und der Fluss geht nie zurück, fließt nie zurück. Vielen Dank. Wir danken die deutschen Leute, das deutsche Volk für ihre Unterstützung und Freundschaft. Vielen Dank. Zu Anfang unseres fast zweistündigen Gesprächs überreicht uns Manulis Glessos ein neues Buch, das heißt Schwarzbuch der Besetzung und hat zum Inhalt die jetzt noch ausstehenden Forderungen an Deutschland vom Zweiten Weltkrieg, die sogenannten Reparationsforderungen. Ich hatte mich auf dieses Gespräch vorbereitet und hatte verschiedene Fragen ausgearbeitet und auch im Vorfeld die Unterschriftenliste kopiert. Die wurde Manulis Glessos überreicht und die Übersetzerin Hera hat Manulis Glessos erzählt, dass ich auch längere Zeit auf Naxos war. Dort die Initiative, die er ins Leben gerufen hat, in Apirantos auch besucht und auch bewundert hatte. Und meine erste Frage war dann, ob er, er hat ja sehr lange auch im Gefängnis gesessen, insgesamt elf Jahre, und einige Zeit auch wegen der deutschen Besatzung und den Vorkommnissen, er hat ja dort die Nazi-Flagge von der Akropolis geholt und ich habe dann meine erste Frage formuliert, ob sich jemals jemand bei ihm entschuldigt hat. Er hat viele rührende Sachen zu zeigen und zu erzählen und Die Reaktion und die Äußerungen Manulis Glessos auf meiner Frage nach einer Entschuldigung zeigt, dass er überhaupt keinen Hass mehr in sich trägt gegenüber den Deutschen. Im Gegenteil, er zeigte uns ein Porträt seines Bruders, der auch zum Ende des Zweiten Weltkrieges von den Deutschen erschossen worden ist und er war sehr stolz und auch er hatte eine aufrichtige Freude daran, dass dieses Porträt ein Deutscher, der auf Naxos lebt und den ich auch zufälligerweise auch kenne, hergestellt hat. Er sagt es der ganzen Welt, dass ein Deutscher sowas gemacht hat. Und ich habe das nochmal auf Griechisch gesagt. Ja, gut. Er kann es auch so tun, dass ich jetzt nicht mal Griechisch spreche. Und in dem Bild sieht man auch ganz gut den Schirm, den wir Manulis Glessos geschenkt haben. Den haben wir während unseres Marsches von Patras nach Athen bemalt. Meine zweite Frage war denn zur aktuellen politischen Situation in Griechenland. Und in Deutschland verfolgen wir ja die Wahlen in Griechenland besonders gespannt. Weil wir hoffen, dass die Linke hier in Griechenland noch größer wird. Ja, weil wir glauben, dass die Linke hier in Griechenland noch größer wird. Ja, wie er die Situation einschätzt, ob das wirklich so kommen könnte. Ja, ja, ja. Hauptsache ist, dass wir wirklich aufpassen. Es gibt viele Provokationen und da müssen wir vorsichtig sein. Dass wir nicht arrogant werden, also die Linken nicht arrogant werden, aber wir sind die Sieger und so. und ganz vernünftig weitergehen. Ja, okay. Die Griechen haben am 6. Mai einen neuen Weg genommen, geschlagen. Ja. Der neue Weg geht weiter, wird weitergehen und wird die Leute zur Macht bringen. Das ist das Ziel, das Endziel. Ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Und das. Dass alle die ersten Sätze der Verfassung von allen Ländern, die zwei ersten Sätze, die also wirklich grundsätzlich so sind, sind gleich. Egal ob das kommunistisch ist oder demokratisch, sozialistisch, egal. Alle sind gleich. Was steht da? Die Macht kommt vom Volk hier. Aber die werden für ihn, wie die Verfassung es verschreibt. Ja. Also da wo du weißt, in seinem Dorf, haben sie ihre eigene Verfassung verfasst. Ja. Der Grundsatz, also der Grundgesetz steht. Alle Mächte kommen vom Volk, gehören dem Volk und werden auch vom Volk, von den Leuten durchgeführt. Gut. Das ist seine Vision. Ja. Und nicht nur seine Vision, die Vision der Menschlichkeit. Der hat das da angefangen, in Apirantos, wie du sagst. Da war noch nicht reif, damit das natürlich für die ganze Welt so ist. Aber jetzt sind die Verhältnisse schon reif genug, glaubt er. Eine Frage habe ich jetzt dazu, ob nicht die Gefahr besteht, ähnlich wie 1967. Die Gefahr bei was? Die Gefahr besteht, dass ähnlich wie 1967 das Militär denn praktisch eingreift. Du hast immer Angst. Ja. Du hast immer Angst. Ja. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das glaube ich auch. Das sagt er folgendes. Jemand hat was geschrieben und sofort hat er eine Antwort gegeben. Ja. Was war es diese, wie die Hohenein, die Polizei und die Armee werden die ik- und sie werden dann nicht mehr gegen die Peutel und das Land, die in der anderen Flächen noch nicht in der Reológung mitzuwachen. Ja. Das heißt wir werden am Ende getrennt, in der Regenden, in der Region zu stehen. Ja. Und die höhere Offiziere und so haben sofort darauf reagiert und haben gesagt, nein, niemals. Keine Hilfe von den Staaten, nur von den Leuten, Unterstützung von den Leuten, so genau, so was ihr auch gemacht habt. Eine weitere Frage war von mir, wie er zu den Hilfen für Griechenland steht und er betont, dass er praktisch nur damit einverstanden ist, wenn diese Hilfe dem Volk direkt zur Verfügung gestellt wird. Seit 2500 Jahren hat es deutlich gesagt, finanzielle Unterstützungen, Darlehen machen die Leute zu Sklaven. Es gibt fünf Wege, die uns zur Lösung führen und auf keinen Fall Räte und Unterstützer, also staatlichen. Ja, und insbesondere von den Schildern. Ja. 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 Ja, nicht all Germany but we should just run up to speak. Ja. 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 Also der hat gesagt, das Problem ist nicht das Geld, also das Geld wurde hier in Griechenland erfunden als ein Tauschmittel, Du machst das, ich gebe dir das, aber im Laufe der Jahre hat das Geld seinen Eigenschaften verloren und das hat eigentlich keinen Wert. Der sagt, dass der Wert ist der Mensch. Und er sagt zum Beispiel, man hat eine Aktie, die kostet jetzt 1000 Euro und in 10 Minuten kostet 1100. Das heißt nicht, dass ein Wert da gestehen ist. Und dann ist so eine Blase und wenn diese Blase macht sich vergrößert und vergrößert, kommt zu einer Krise, also monetarische Krise. Und da kommen, da müssen die Leute für diese Krise zahlen. Genauso wie Griechenland hat keine Schulden verursacht und jetzt ist da, steht da und müssen wir also das alles bezahlen. Das ist ein Thema, einen großen Raum ein, und zwar die nicht bisher geleisteten Reparationszahlungen von Deutschland an Griechenland. Manolis Glessos kämpft schon seit langem dazu, dass diese Zahlungen geleistet werden. Unabhängige Gerichte haben schon die Summen festgelegt, aber bisher ist von deutscher Seite nichts in dem Maße an Geld geflossen. Er fordert dies nochmal eindringlich ein und hat auch zu diesem Thema ein neues Buch herausgebracht, das auch in Griechisch und in Deutsch veröffentlicht worden ist. Das ist im Jahre 2012 und nennt sich das Schwarzbuch der Besetzung. Es geht im Grunde genommen darum, dass die deutschen Truppen in Griechenland eingefallen sind. Und sich dort auch mit Reismarkt und der gleichen Zahlungsmittel praktisch innerhalb des griechischen Staates bereichert haben. Dieses Geld war absolut Null wert und dadurch ist im Laufe der Zeit dem griechischen Staat einen immensen Schaden entstanden. Ganz zu schweigen von den materiellen Schäden, die auch angerichtet wurden, indem Bodenschätze oder materielle Dinge wie Kupfer usw. außer Landes gebracht worden sind. Die deutsche Armee hat darüber hinaus auch immateriellen Schaden angerichtet. Vor allen Dingen auch in Kreta, aber auch in anderen Landesteilen wurde die Bevölkerung dransaliert. Und es kamen auch Erschießungen ans Tageslicht, die praktisch erst im Nachhinein bekannt wurden. Da wurde nie drüber eingehend gesprochen, sondern das wurde alles dem griechischen Volk auferlegt. Und Manolis Glessos steht heute auf dem Standpunkt, dass diese Zahlungen geleistet werden müssen. Er sieht eine Möglichkeit zum Beispiel, dass diese Zahlungen direkt dem griechischen Volk zur Verfügung gestellt wird. Als Beispiel nannte er, dass Studenten, die in Deutschland studieren, zum Beispiel von den Studiengebühren befreit werden. Er will nicht unbedingt einen Keil jetzt zwischen dem deutschen und dem griechischen Volk treiben, sondern er ist um einen Ausgleich bemüht und er weiß auch, dass dieses Thema ein heikles Thema ist. Aber alle Staaten sind entschädigt worden, nur Griechenland nicht. Und er wird auch weiterhin dafür kämpfen, dass diese Zahlungen irgendwann auch einmal geleistet werden. Ich habe dieses Thema im Anhang angefügt. Jeder kann sich dort noch einmal im Bild machen, aber es ist auch sehr empfehlenswert, das dazu. Er fragt, ob du natürlich auch einverstanden wärst, oder wir, wir sind, über die deutschen Reparationen zu sprechen. Also, der war eingeladen, von deutschen Freundinnen nach Hannover zu fahren. Über Umweltproblemen, uns anzusprechen. Ja. Und Politik, natürlich auch. Und Philosophie. Das war der Grund der Einladung. Natürlich ging er gerne. Aber seine Voraussetzung war, ja natürlich mache ich mit, aber Voraussetzung, nur einen Tag müssen wir auch über dieses Thema sprechen. Und vor einem deutschen Publikum hat er die ganze Geschichte erzählt. Und die waren zufrieden und einverstanden von dem, was sie gehört haben, das deutsche Publikum. Was wurde überall bekannt, in Deutschland, was durch Fernsehen und Zeitungen wurde bekannt. Und als er zurückkam, hat er dann ein Telefonat von der Zeit bekommen, die Zeitung Zeit, dass er sollte einen Artikel dazu schreiben. Und er sollte das wiederholen, was er in Deutschland gesagt hat, in Hannover. Und absichtlich hat er seinen Artikel keinen Titel gegeben, absichtlich. Und sie haben den Titel, also die Zeitung hat den Titel gefunden. Und ein Unrecht, das sobald wie möglich werden muss. Sie haben also den Titel, wer hat die Zeitung bei sich? Und dann aktuell ist es eine Zeitung. Und sie hat ihn nicht gesehen. Und er wird uns dann gerne, weil er keine Fotokopie ist. Äh, das kann ich dir nicht geben, weil er keine Fotokopie ist. Du kannst das schreiben und dann finden. Finden, im Netz. Einfach im Netz. Du kannst das sehen und dann... Zwei Themen wurden da notiert. Was und warum sie, also wie das deutsche Land uns Geld schuldig ist. Ein Thema. Und das zweite Thema war, wie diese Auszahlung gemacht werden sollte, müsste. Wenn ein Krieg kommt, haben wir in der Zeitung und in der Zeitung von den Kriegen in der Katastrophie der Ökonomie und der Land. Nach einem Krieg gibt es natürlich Folgen. Das ist ja selbstverständlich. Wir sprechen nicht darüber. Und natürlich ist es auch selbstverständlich, wenn der eine gewinnt. Sie sagt ja, es ist selbstverständlich, dass er alles zu sich nimmt, was er besetzt hat. Zum Beispiel die Fabriken, Waffenfabriken und alles Mögliche, die mit dem Krieg zu tun haben. Das ist selbstverständlich. Und darüber ist auch nicht die Rede. Davon ist auch nicht die Rede. Hier sprechen wir über ein ganz anderes Thema. Es geht um die Katastrophe der Wirtschaft, wo die Wehrmacht zuständig ist. Und das ist die griechische Wirtschaft. Und das haben wir nicht gerechnet. Das hat also gerechnet ein internationales Komitee. Das ist die Galia Mouibade in Paris, 1900, Sarada, 1946. Allianz. Und das haben alle zusammen die Allienten. Also mitkalkuliert. Und da steht alles so im Buch. Jetzt sehr zusammengefasst. Ja. Also mit den deutschen Truppen, also den deutschen Truppen folgten Wirtschaftswissenschaftler, Ökonomologen, also eine ganze Gruppe von diesen Wissenschaftlern, die das folgende machten. Was haben Sie gemacht? Die erste Frage. Erstens. Oles die Epichiristen sind die Idiotikäste. Und die Kratikäste. Und die Trafäische und die Kratikäste. Das 51% der Menschenrechte, der Germanikokratische. Also sofort, 51% aller Aktien, sowohl von Privat- als auch von öffentlichen Firmen, Banken und so weiter, bekommt Deutschland. Das hat nichts mit dem Krieg zu tun. Hat also die Wirtschaft in ihre Hände genommen. Auf einmal. Das verlangen wir zurück. Und nicht, was der Krieg verurteilt hat. Ganz einfach. Ja. Woher haben sie das gemacht? Das war das erste. Zweitens. Also in Den Haag treffen sich immer und trafen sich immer so Komitees und verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern, um einen Weg zu finden, um einen Park zu finden. Wie die Länder während eines Krieges verhalten sollten. Für Menschenrechte und so weiter. Sie haben sich entschieden. 1887. Das. Das, wenn ein Land das andere besiegt. Das Land, da kommt zum ersten Mal das Wort Volk, sagt er, das Volk der besiegten Land, ist gezwungen, ist verpflichtet, die Armee, der Besatzungsarmee zu ernähren. 1907 aber, die Menschenorganisationen, Menschenrechte und so, haben dazu gekommen, eine neue Phrase dazu zu sagen. Ja. Welche? Welche? Ehan dinate. Ehan dinate. Mhm. Die Bochreute, o Stratos, o Laos, o Katechomenos, na diatrefi, to Stato Katois, ehan dinate. Ehan dinate. Also, wir haben nur ein Sätzchen dazu gesagt. Ja, alles, aber nur, wenn das Volk das machen kann. Kann. Ja. Das war die Voraussetzung. Und jetzt, was passiert hier in Griechenland? Der Mann, der Griechenland besetzt hat, war von Liszt. Mit ihm kamen 500.000 Soldaten. 250.000 Italiener und 60.000 und bulgarische Soldaten. Was ist? 810.000 Soldaten. Ich habe auf Arte, den Sender, ein ganz langes Interview. Arte. Arte ist ein Französischer Sender. Ich habe gesagt, dass Sie auf einem Englischen Kanal über diese Dinge erzählen. Ja, 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 ja. Ich wollte es jetzt sagen, persönlich. Ja, ja. War das möglich, ein armes Griechenland, so viele Leute zu ernähren? Also. Aber nicht nur das. Das war ausnahmweise Griechenlands. Also nur Griechenland war verpflichtet, auch die Armee von Rommel in Afrika zu ernähren. Das war eine Ausnahme, eine ungerechte natürliche Ausnahme. Noch dazu also. Ja. Also die deutschen Leute, ja, sie lieben die Legalität. Ja. Sind typisch. Sie wollen nach den Gesetzen, also sie wollen den Gesetzen folgen. Ja. Und die internationalen Gesetze natürlich. Ja. Wie ist das möglich, wenn Griechenland das nicht machen konnte, dass man das verlangte? Ja. Sie haben also ein neues Trick gefunden. Ja. 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 Wenn die Summe, die für die Ernährung ist, das Können, die Möglichkeit des Landes übersteigt, dann ist dieses Land verpflichtet, ein Darlehen an die Armee zu geben. Ja. Und so ist diese Zwangsdarlehen erstanden. Alle Soldaten hatten das, alle. Sie gingen damit überall, Sie kauften alles, was Sie wollten. Sie konnten alles kaufen. Die Griechen konnten zwar die Lateinische Schrift lesen, aber es ist gotisch. Sie konnten nicht verstehen. Also die Griechen haben nur 50 gelesen. Sie gingen zur Bank, die Griechen, und sagten, was soll das, was ist das? Ich will griechisches Geld haben. Und die Bankangestellten. Und Sie haben versucht zu sehen, an welcher Bank das gehört. Es gibt kein Name, kein Bankname eines Banken. Nur eine Anstelle. Nur das steht drauf. Ja. Nur das. Sie machen Ihre Tretaloge von Bankkataloge? Es gibt nichts. Sie sehen dann den eigentlichen deutschen Schein von damals. Das ist Deutschlers Schein. Da ist unterschrieben, wer das herausgegeben hat. Ja. Also Wirtschaftsminister, oder... Und da steht er. Aber da steht kein Unterstift, da steht nicht. Also das ist nicht gültig. Ja. Aber in Akiro. Es gibt nur eine rote Ziffer da. Ja. Okay. Das ist also einfach diese Anzahl von diesen Gewissen, damit sie wissen, wie viel sie haben. Also die Deutschen haben praktisch mit wertlosem Geld in Griechland eingekauft. Genau. Genau. Das ist die Hauptsache. Ja, ja. Und da wurden die Leute beraubt eigentlich. Ja, klar. Das steht nirgendwo, sagt er. Aber es gibt, das war eine Art von berauben. Ja. Aber es gibt noch eine zweite Phase. Aber es gibt noch eine zweite Phase. Ja. Also der Soldat ging zum Kurs. Ein Paket Zigaretten. Ja. Das war eine Art von Berauben. Aber es gibt noch eine zweite Phase. Ja. Also der Soldat ging zum Kurs. Ein Paket Zigaretten. Okay. Packung. Was kostet? Sechs Drachmen. Da gab das. Zurück. Genau. Und es gab damals ein ganz bestimmtes Ereignis. Ja. Und alle griechischen Schriftsteller erwähnen das, weil das so bekannt war. Ja. Also er geht zu einer Barbeer, also sich zu rasieren, ein deutscher Soldat. So ein Friseur. Babier. Barbier. Ja. Babier. Ja. Und nachdem er fertig war, nimmt er sein Fünfziger und will bezahlen. Und der Barbeer hat gesagt, nein, das ist umsonst, bitte geh weg. Warum? Nicht, dass ich ihn rasiert habe und dazu auch bezahlen muss, hat der Barbeer gesagt. Ja, ich habe ihn rasiert. Ja, Physiker. Ich habe ihn nicht so gut. 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 Und da gibt es auch eine dritte, dritte Form von Barbeer. Dritte Art von Barbeer. Wieder mit diesem 50er. Ich habe ihn nicht so gut. Aber deswegen haben wir der Prakture genommen, im Boden zu spielen. Und die Regierung, die zusammenarbeitet hat mit den Deutschen von Solakulur, hat gesagt, okay, das kann nicht weitergehen, wir können nicht sieben Währungen haben. Und deswegen bitte ich sie, das zurückzuziehen und Alteburg, nachdem sie das kauft und die Regierung hat, wie viel bezahlt, damit sie das also wegnehmen, hat die griechische Regierung 340.000 goldene Lira bezahlt, damit diese Währung verschwindet. Denkt daran, was soll das heißen werden, Englische Lira. Also es wird gesagt, dass die Deutschen auch das Gold der Banken genommen haben. Das ist nicht wahr, sagt er. Gold gab es sowieso nicht, weil die Ex-Regierung vom 4. August, also Metaxas, hat Gold mit Schande und weg. Und die waren weg vom Griechischen Lira. Also die Deutschen haben kein Gold gefunden. Aber sie haben das Andere gefunden. Silberne Münzen hatten sie gefunden. Nickelina Nomismat. Also Münzen aus Nickel. Batirenia Nomismat. Sie haben das alles geschmolzen. Und sie haben 77 Tonnen Kupfer daraus bekommen. 19 Tonnen Nickelium. 9,5 Tonnen Silber. Aber ganz legal. Und sie haben 104 Goldene Pounds dafür bezahlt. Und 10 Tonnen Zink und alles. Also das kannst du verstehen. Ja, ja, ja. Das verhältnis. Ein Beispiel. Es gab die berühmte Zehnte. Wie die Türken. Also genauso wie bei den Türken. 10% der Landwirtschaft ging zu den Türken. Also beziehungsweise der Deutschen. Und jetzt zurück zu Paris. Also in Paris wieder kommt diese Länder, die mit den Deutschen waren. Ihr müsst diese Beschädigungen zahlen an jedes Land. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, Griechenland hat eine große Summe verlangt. 14 Billionen Dollar 1938. Jetzt zurück nach Hannover. Was hat er damals gesagt und die Leute so beeindruckt hat? Wir wollen nicht Deutschland halten und sagen, jetzt zahlen, muss sie bezahlen. Nein, das wollen wir nicht. Was schlagen wir vor? Also was als Vorschlag. Alle deutschen Firmen, die hier in Griechenland tätig waren, der Nullwörder und so und alle großen Werke gemacht haben. Anstatt dass sie von uns bezahlt werden, die sollten vom deutschen Staat bezahlt werden als eine erste Rate. Ist das so ungerecht? Ist das ein Zwang? Mit jeder? Ja, also Deutschland könnte mit jeder Firma so eine... Welcher Film war, ne? Viele. Aber ich sage ja, es sind viele, aber ich sage ja, wer es über die Eterie ausmählen hat, ich glaube, die Hochdiv und alles auf das. Ja, mit der Eterie. Ah, egal, egal welches, es gibt viele. Ja. Und zweitens. Wir haben nichts gegen keinen Hass, nichts gegen die deutschen Leute, das deutsche Volk. Und deswegen schlagen wir vor. Buttigie zu diesem king bin. hier in Deutschland. Von den Jugendlichen, den Lüke, und die Menschen, in Deutschland, hier in Deutschland. Ah, okay. Ich bin ein Geist. 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 Und ein zweiter Vorschlag, hat er damals gesagt, alle Griechen, Jugendlichen, die in Deutschland studieren wollen, entweder an Schulen, oder Universitäten, und so weiter, für Verpflegung, und Wohnungen, und Unterbringung, sollte der deutsche Staat zahlen. War sein zweiter Vorschlag damals. Wenn wir einen Hass hätten, wollten wir sowas haben? Nein, wir wollen, dass unsere Kinder auch diese Kultur bekommen, dort studieren und so weiter. Aber wir betonen, wenn Deutschland nur noch einen Mark schuldig wäre, muss sie das zurückzahlen, als Garantie, dass sie in der Zukunft sowas nie wieder machen. Weil sie auch von der ersten, also die deutschen, der deutsche Staat schon vom ersten Weltkrieg, Geld schuldig ist. Damals hat sie nicht bezahlt. Und sie glauben, dass auch die von dem zweiten Weltkrieg nicht zahlen können. Glauben sie, sagte er. Das ist ein Irrtum. Sie verrieren sich, wenn man glaubt, dass sowas vergessen wird, also weggestrichen wird. Das Verbrechen gegen die Menschheit wird nie vergessen. Und weggestrichen. Und weil all diese Jahre in Deutschland irgendwie so, also der Staat, die Regierungen so verhalten haben, haben sie letztes Jahr eine Voraussetzung gestellt. Ja. 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 Und wenn man das nicht mit uns verhandeln will, darüber verhandeln will, dann werden wir die deutschen Produkte boykottieren. Ja. Und jetzt sagt er uns, wir sollen das jetzt ganz klar vor unsere Augen ziehen. Ja. Wir hatten keinen anderen weg. Ja. Und deswegen, weil wir sonst keinen anderen Weg, keinen anderen Pfarrer haben, schlagen wir den griechischen Leuten, also wir verlangen das nicht. Wir schlagen das vor. Wir schlagen vor, wenn sie damit einverstanden sind, auch die deutschen Produkte zu boykottieren, ganz freiwillig, weil wir sonst nichts zu tun haben. Ja. Bis jetzt haben alle juristische Unionen Griechenlands positiv geantwortet. Ja. Und sie rufen ihre Mitglieder auf, mitzumachen. Also alle Unionen und Ärzte und Vereine. Ja. Und der medizinische Verein ist einer der wichtigsten wissenschaftliche Vereine. und die sind auch einverstanden. Man weiß schon, dass doch ein Effekt gemacht hat, also dass die Exporte für Griechenland so einen Rückgang haben. Aber man verheimlicht das. Ja. Man sagt das nicht. Ja. Aber. Aber. Aber das werden die Deutschen es schon sehen. Ja. Und ich möchte hier noch ein wichtiges Zeichen sehen, das wird in der Bibel sehen. Das wird in der Bibel sehen. In der letzten Seite des Buches Ja. Es gibt einige Zahlen. Es stehen eigentliche Zahlen. Ja. Es gibt einige Zahlen. die von Anfang des Krieges bis jetzt kleinere, also weniger Einwohner hat. Ja. Wir sind die Einzigen. Am Anfang des Krieges im Griechenland. 7 Millionen war das 344.000. Am Ende 6 Millionen 800.000. Kein anderes Land, sagte er, in der Welt. Kein anderes Land, sagte er, in der Welt. Und er sagte ja auch noch was, was ich vielleicht nicht weiß. 1943, in Yalta waren die drei, die sind bis Yalta. Ja. Also der Krieg war irgendwie, man wusste was daraus kommt. Ja. 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 Und in 15 Tagen haben sie eine Antwort von Goebbels bekommen, mit einem Artikel in einem Blatt Das Reich, da hat er etwas veröffentlicht. Februar 1943, er hat das veröffentlicht, in dieser Reich, das Reich, hieß die Zeitung, du musst das auch notieren, das ist ein großer, längerer Artikel, mit dem Titel, sagt er auf Deutsch. Das Jahr 2000, war der Titel von Goebbels Artikel, Zeitung 2000, das Jahr 2000, was steht da? Ja, alles was die Leute da Vialta gesagt haben, über Demokratie und Freiheit, wird nie verwirklicht, das ist alles Quatsch, wir werden sie besiegen. Ja, und tatsächlich 2000, im Jahre 2000, in Europa, und in Europa, im Jahre 2000, wird nur die deutsche Kultur und Süd-Evolution herrschen. Er hat 1943 Goebbels in seinem Artikel, also der hat nur 10 Jahre, er ist ein Prophet, er ist ein Prophetischer, nicht? Und natürlich, die deutsche, durch Frau Merkel, ist ja offenbar. Zu diesem Film sind zwei Stunden lang, ich habe diesen Film jetzt sehr gekürzt, und wer möchte, kann sich an mich wenden und kann die gesamte Aufzeichnung bekommen. Dieser Film entstand ja im Rahmen des Marsches nach Athen, der praktisch im Mai dann Anfang nahm, und nach 320 Kilometern von Patras in Athen endete. Es war eine großartige Erfahrung, und ein besonderes Highlight war natürlich der Besuch bei Manu des Bessers. Wer mehr Informationen über diese herausragende Persönlichkeiten haben möchte, der kann im Internet auf vielfältige Quellen stoßen. Nichtsdestotrotz kann man mich auch jederzeit mailen oder anrufen. Ich bin mir auch gerne bereit, weitere Infos zu geben. Ja, ich hoffe, euch gefällt dieser kleine Ausschnitt von einem Sonntag in Athen mit Manu des Bessers. Allen, die mir das ermöglicht haben, einen recht herzlichen Dank, und bis demnächst in Griechenland. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020